Robert Habeck möchte offensichtlich nicht mehr Kinderbuchautor genannt werden, obwohl er doch einer ist, denn er hat Kinderbücher geschrieben. Das Ministerium versteckt bei Twitter nämlich jetzt Beiträge, die darauf hinweisen, dass Robert Habeck eigentlich als Kinderbuchautor aktiv war oder vielleicht sogar ist. Wir gucken uns die Situation ganz genau und was hat es damit auf sich? Moin zusammen, mein Name ist Olli, wenn du neu bist, jetzt ein Abo dalassen. Und wir sehen, dass die JF hat darüber berichtet, wie wir hier sehen können. Zitat, Ministerium versteckt Beiträge, Zensur. Habeck will nicht Kinderbuchautor genannt werden, heißt es. Und das finde ich sehr interessant. Wieso möchte denn der Herr Habeck seine eigentliche Berufung, seinen Beruf, seine Tätigkeit, die er oftmals ausgeführt hat, verleugnen? Das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist doch ein ehrenwerter Beruf, schöne Kinderbücher zu schreiben. Denn, wissen das, er hat ja unter anderem dieses Buch hier gemeinsam mit seiner Frau geschrieben. Habe ich mal rausgesucht, hier ist der Band 2. Gab es auch in Band 1 von Kleine Helden, große Abenteuer. Neue Vorlesegeschichten ist dieses Buch hier. Ist doch ehrenwert. Also, wo ist denn da das Problem? Ein Buch für Kinder zu schreiben, das ist doch was ganz Tolles. Wenn es natürlich jetzt nicht so toll bewertet ist, okay, mag jetzt inhaltlich nicht den einen oder anderen Elternpart und die Kinder selbst vielleicht überzeugt haben, aber gut, dann schreibt man halt ein Neues, vielleicht wird das Nächste besser oder aber auch nicht, man weiß. Denn, wenn wir uns das hier angucken, sehen wir das hier unten auch in den Kategorien. Gute-Nacht-Geschichten für Kinder, Gute-Nacht-Geschichten hier, Kategorie Bücher und Grundberichte für Kinder. Also, man kann ja jetzt nicht abstreiten, dass der Herr Habeck ein Kinderbuch geschrieben hat. Der Band 1, das können wir auch gerne dazunehmen, das ist nochmal ein bisschen besser bewertet hier mit 3,9 Sternen. Aber wenn man sich teilweise die Sachen, die da vorkommen, drin durchliest, ich würde es meinen Kindern jetzt nicht vorlesen, sage ich mal dazu, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Nebenbei gesagt, was ein sehr gutes Kinderbuch ist, das habe ich euch auch mal in einem Review vorgestellt, ist von Ernst Wolf, Friedrichs Traum von der Freiheit, wo es nämlich hier um dieses kleine Erdmännchen im Zoo geht, das nämlich die Freiheit entdecken möchte. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Analogie zu vielen Parallelen in unserem wahren Leben. Das verlinke ich euch gerne unterhalb des Videos, das ist nämlich ein sehr, sehr tolles Buch. An der Stelle muss ich euch unbedingt von meiner Erfahrung mit NordVPN in Zypern erzählen. Denn ihr seht das im Hintergrund, ich bin ja hier auf Zypern in einem Hotel und wollte mir jetzt gerade auf dem Smartphone, ich blende es euch auch an dieser Stelle ein, noch schnell das ein oder andere Video per Disney-App runterladen, damit ich im Flugzeug ein bisschen was gucken kann. Und NordVPN als virtuelles privates Netzwerk setzt genau dort an. Ich habe nämlich nicht runterladen können per zypriotischer IP-Adresse. Das hat nicht funktioniert mit meinem deutschen Disney-Account. Und dementsprechend musste ich jetzt hingehen, NordVPN einsetzen und damit funktioniert es dann. Das ist wirklich ein schönes Anwendungsbeispiel, das ich hier in diesem Video nämlich für euch festhalten wollte. Denn wie ihr sehen könnt, hatte ich dann einfach die Möglichkeit, deutsche IP-Adresse einzugeben per NordVPN und konnte dann problemlos runterladen. Und ein ähnliches Szenario habe ich dann hier auch auf dem Laptop gehabt, dass ich verschiedene Webseiten, Newsseiten gar nicht erst eröffnen konnte. Weiterhin ist es natürlich auch sehr gefährlich, wenn ich jetzt hier über das öffentliche WLAN, das hat noch nicht mal ein Passwort oder ähnliches, da kann sich jemand, der im Auto draußen steht, einfach einloggen und könnte mein Passwort, welches hier vom Laptop aus an die Seite YouTube beispielsweise gesendet wird, abgreifen. Also habe ich hier permanent die ganze Zeit natürlich NordVPN an, damit diese Daten nicht abgegriffen werden können. Und wenn dir NordVPN gefällt und das ein Szenario ist, was bei dir ebenfalls mal eintritt, beispielsweise im Urlaub, dass du alle Daten sicher unterwegs bedienen kannst und abrufen und auch senden kannst, dann guck dir NordVPN jetzt an. Ich blende dir an der Stelle hier ein attraktives Angebot noch ein und jetzt mal mit dem Video weiter. Zurück zu kommen zu Robert Habeck und der Zensur, die gerade stattfindet, so empfinde ich das, nämlich per Ex oder auch Twitter genannt. Sehen wir nämlich, es geht hier im Speziellen um das Video. Das Video von Robert Habeck, ich habe es ja auch gelobt und breche mir damit keinen Zacken aus der Krone, das ist generell ein gutes Video. Wir wissen aber mittlerweile auch, dass unsere Bundesregierung nichts von dem, was dort gesagt wurde, interessiert, Schrägstrich, umsetzen wird. Absoluter Wahnsinn. Das Ganze geht natürlich ein bisschen darauf zurück, dass der Herr Habeck sich natürlich positionieren möchte. Besser positionieren möchte als der Bundeskanzler und besser positionieren möchte als die zuständige Außenministerin, sprich seine grüne Amtskollegin Annalena Baerbock. Und das hat er meiner Meinung nach mit diesem Video schon gemacht. Er hat sich eine Krawatte gebunden, er hätte sich noch ein bisschen mehr rasieren können, dann wäre er vielleicht ein bisschen besser gewesen. Aber gut, das ist Geschmackssache, keine Frage. Dass er das Ganze hier im falschen Ministerium und dadurch auch durch unsere Steuergelder finanziert gemacht hat, das sollte man aber auch mal diskutieren, was in der Presse gar nicht so thematisiert wird. Denn es ist nicht sein Zuständigkeitsbereich. Es ist nicht sein Zuständigkeitsbereich, da wurden aber Ressourcen für verwendet. Und er stellt sich damit kanzlerfähig dar, wie die Reporter vom ZDF es ja genannt hatten. Und das ist natürlich wiederum sehr, sehr kritisch zu sehen, muss ich ehrlich sagen. Die Zensur sieht folgendermaßen aus. Wenn man sich das Ganze hier nämlich anguckt, sehen wir dieses Posting bei X, hat mittlerweile sagenhafte 11 Millionen Views. Und die haben natürlich im Bundesministerium dann auch realisiert, wenn wir auf die Seite nochmal drauf gehen, dass das Ding gut geworden ist und dass man da natürlich jetzt Reichweite und damit Publicity erzielen kann, sodass man hingegangen ist und das Ganze dann auch noch in mehreren Sprachen nachträglich veröffentlicht hat. Hier ebenfalls mit 16 Millionen Views. Also wirklich eine gelungene PR-Aktion für den Robert Habeck, um ihn natürlich auch kanzlerfähig zu machen für die Wahlen in zwei Jahren. Denkt an meine Worte. Ich habe das schon vor zwei Jahren auch schon gesagt. Der ist dann nur zurückgetreten oder einen Schritt zurückgegangen, weil es die Basis ja so haben wollte, dass Annalena Baerbock da eher ins Rennen geht und dass das komplett gescheitert ist, wissen wir alle. Es gibt bei X einen interessanten Button. Das ist nämlich der hier. Der zeigt nämlich versteckte Beiträge. Das heißt, wenn das jetzt mein Account wäre vom Bundesministerium, könnte ich jetzt hingehen. Oh, der Marc Friedrich, ein ganz großer Schwurbler. Da klicke ich jetzt drauf und zack, könnte ich den Beitrag verstecken. Die sind aber weiterhin noch zu sehen. So, ich habe das auf Englisch. Hidden Replies sind das. Und da sehen wir hier zum Beispiel von Blutz Witturek geschrieben, Herr Habeck, hat der wirklich Kinderbücher geschrieben, die Kinder gerne gelesen haben? Also ein klarer Hinweis auf seine Tätigkeit als Kinderbuchautor wurde hier entfernt. Wenn man dann auf der Seite noch weiter nach dem Begriff Buch sucht, findet man, ja, in den Trends ist das gerade aktuell ebenfalls drin, weil das gerade sehr, sehr publik ist. Wenn man hier weiter runterscrollt und sich das Ganze noch mehr anguckt, dann bekommen wir hier zum Beispiel Innenminister oder Außenminister oder doch nur Kinderbuchautor als weitere Anzeige und zahlreiche andere Postings, die darauf hinweisen, welchen Beruf der Habeck unter anderem ausgeübt hat, vielleicht sogar aktuell noch ausübt, ich weiß nicht, ob er gerade aktuell noch an einem neuen Kinderbuch arbeitet. Aber offensichtlich möchte man das nicht. Interessant ist dazu auch, diesen Clip werden einige von euch kennen, der seinerzeit vor den Wahlen noch rausgekommen ist, dass es hier hieß, Zitat, ich Völkerrecht, du Schweinebauer, wie sich die Frau Baerbock ja dargestellt hat. Und man muss es ihm lassen, er hat politisch, diplomatisch perfekt reagiert, er hat das Ganze weggelächelt. Aber es wird ihn sehr, sehr stark getroffen haben, davon gehe ich ganz klar aus. Sie sagte ja so ungefähr wortgemäß oder sinngemäß, ich weiß nicht, was hast du, Hühner, Schweine und so weiter. Und degradierte ihn wirklich, so kam es halt rüber, ich bin die tolle Völkerrechtlerin. Jaja, wir wissen ja um die Situation des Lebenslaufs der Frau Baerbock. Aber nichtsdestotrotz, das wird an ihm genagt haben. Und das hier, dieses Posting dann hier zu machen, das war natürlich ein klarer Seitenhieb, eine Chance, die man gesehen und auch gut genutzt hat. Das muss man dem Schweinebauer lassen. So, und diese ausgeblendeten Antworten, hier sehen wir dann noch zahlreiche weitere, die ausgeblendet wurden, auch von Lutz, Bitschurek, diese hier einfach. Dann ist aber auch die Frage, wie sieht das denn mit den Kosten aus? Denn, hier heißt es von der JF, die haben nämlich eine Anfrage gestellt, die Arbeit des Community-Managements zur Ermöglichung eines respektvollen und themenbezogenen Austauschs aus unseren Plattformen, gemäß der Netiquette und so weiter, blabliblub. Ja, man wird halt nicht konkret, das wäre halt in diesem Rahmenvertrag dann enthalten. Zu deutsch, der Steuerzahler zahlt dafür, dass er seine Meinung äußern kann, aber die dann wiederum weggesteckt wird oder versteckt wird, wenn ein Hinweis darauf kommt, dass man einen Kinderbuchautoren als Wirtschaftsminister aktuell hat. Das alleine ist schon wirklich der Wahnsinn. Und, verstehe ich mich nicht falsch, wenn da Beleidigungen und sonst was versteckt wird oder auch zur Anzeige gebracht wird, das ist legitim. Aber, nochmal, wer hat dieses Buch geschrieben? Robert Habeck mit seiner Frau Andrea Paluch. Ach so, aber warum wird dann da die Realität wieder weggezensiert? Wisst ihr, Leute, das ist eine ganz, ganz schlechte Entwicklung, die man hier wieder mal sieht. Aber, wir kennen das ja mittlerweile so von den Grünen, erlebe dein grünes Wirtschaftswunder, passt dazu sehr gut. Schreibt eure Meinung jetzt unten rein, abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Danke, bis zum nächsten und ciao.